Für mich würde Doping überhaupt keinen Sinn machen, weil ich schauen will, was ich aus meinem Körper alles rauskitzeln kann. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Leute, die da ganz klar laut werden und ihre Meinung kundtun, weil wir zeigen müssen, dass die sauberen Sportler die cooleren Leute sind. Oh, oh, ich hänge meinem Jahresziel etwas hinterher. Ich habe mir gesagt, ich will dieses Jahr 5000 Kilometer laufen, das sind etwas mehr als 100 Kilometer pro Woche im Schnitt. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Ziel auf Strava gesetzt und da hänge ich ein bisschen hinterher. Liegt ganz klar auch daran, dass natürlich während dieser Wettkampfphase, in der ich mich gerade befinde, nicht so viele Kilometer anstehen. Die meisten Kilometer sammelt man eher im Laufe der Vorbereitung, wenn man das so nennen möchte. Gestern hatte ich eine 400 Meter Einheit, 6x400, ziemlich schnell und heute sind die beiden ein bisschen erschöpft davon. Das heißt, in der Früh werde ich erstmal aufs Rennrad steigen, um die beiden ein bisschen aufzulockern und am Nachmittag nochmal einen kleinen lockeren Lauf machen. Da ist er, endlich! Die Beine sind ein bisschen schwer von gestern. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Da hoch brennen die Beine ganz schön, aber bei dem Ausblick lohnt es sich auf jeden Fall. Fucking Berge! So nach einer harten, viereinhalbstündigen Radausfahrt, nein, es waren 1 Stunde 14 Minuten, Schnitt war, glaube ich, irgendwas um die 23 kmh, also eher eine ruhigere Nummer heute früh, was aber ganz gut gepasst hat. So, jetzt ist vorbei mit Chili-Vanilli, auf geht's! Kommt! Nur ein, zwei, drei Gedanken, die mir so durch den Kopf gegangen sind, während ich die neueste Hayosepelt-ARD-Doping-Dokumentation gesehen habe. Am Mittwoch wurde die ausgestrahlt. Ja, und es ging hauptsächlich darum, inwiefern sich die russische Leichtathletik gewandelt hat von den Strukturen her, ob noch Trainer oder Sportler mit am Start und im Training sind, die eben in diesem scheinbar Doping-verseuchten System gearbeitet haben. Ich persönlich fühle mich mittlerweile nicht mehr überrascht, wenn ich diese Dokumentation mir ansehe, weil in der Vergangenheit war es für mich immer irgendwie so, wenn so eine Dokumentation ein paar Tage vorher angekündigt wurde, macht man sich ja seine Gedanken. Und oft war es so, dass die Gedanken, die am abstrusesten und am unwahrscheinlichsten sind und teilweise am perverssten sind, dass genau das die Zustände sind, die dann in diesen Dokumentationen gezeigt wurden. Und deswegen war ich jetzt nicht besonders schockiert, dass da scheinbar zwei dieser Trainer immer noch am Athleten arbeiten können. Auch wenn ich ja gerade eben gesagt habe, dass ich persönlich nicht besonders schockiert bin jetzt davon, muss ich trotzdem sagen, dass ich es einfach lächerlich finde. Ich bewege mich ja jetzt von meinem Leistungswert her, wenn man sich mit denen vergleicht, die da olympische Medaillen gewinnen, dann bin ich ja auf einer ganz anderen Kategorie, ich bin viel langsamer als die. Bei mir ist null Geld im Spiel, ich verdiene mit dem Sport gar nichts. Dann ist es für mich so irrsinnig, dass so jemand wie ich in den letzten drei Wochen zwei unangekündigte Dopingkontrollen hatte und das dann gegenübergestellt zu Athleten, an die es sehr, sehr schwer ist, überhaupt ranzukommen oder die Dopingkontrollen dann nur unter ganz komischen Bedingungen durchführen lassen oder die Dopingkontrolleure bei ihrer Arbeit behindern. Ja, das ist für mich halt einfach sehr, sehr, einfach sehr, sehr lächerlich. Das ist definitiv auch eine Sache, die ich allen Nachwuchsathleten und all denen, die von so Sachen wie olympischen Spielen träumen oder von deutschen Meisterschaften oder bayerischen Meisterschaften oder so träume. Man kann verdammt viel tun für den Sport, bloß eine Sache nicht und das ist halt bescheißend. So, das war jetzt wahnsinnig viel Gelaber, aber es ist einfach ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, ohne dass wir keinen Leistungssport mehr betreiben können. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Leute, die da ganz klar laut werden und ihre Meinung kundtun, weil wir zeigen müssen, dass die sauberen Sportler die cooleren Leute sind. Ich wollte ja eigentlich nach der lockeren Radfahrt heute früh abends oder am Nachmittag nochmal einen lockeren Dauerlauf machen. Das werde ich heute nicht mehr machen, denn ich habe einen freien Tag diese Woche und den Joker werde ich dann heute ziehen. Ich fahre nach Erlanger. Meine Schwester liest da eine Kurzgeschichte vor bei einer Lesung. Da bin ich sehr, sehr gespannt und auch sehr stolz. Und... Tschüss. ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.